Mitsubishi bringt die Serienversion des Outlander Plug-in-Hybrid und eine Preissenkung mit auf die Vienna Autoshow 2014. Wir konnten durch Mitsubishi eine Werkspreissenkung durch den neuen Yen-Kurs machen und beginnen hier beim Space Star zum Beispiel bei 8,99, hier bei dem ASX um 16,99 und gehen weiter sogar bis zum Bacero, wo wir um 9,99 ein attraktives Modell anbieten. Der Outlander PHEV ist das erste Plug-in-Hybrid SUV weltweit und 2014 auch in Österreich verfügbar. Zwei E-Motoren und ein 2 Liter Benzinmotor sorgen für den Vortrieb. Diese Serienversion, die jetzt da steht, hat eine rein elektrische Reichweite von 50 Kilometern kombiniert von über 800 Kilometern. Man hat immer elektrischen Antrieb als auch Allradantrieb, das ist die Spezialität von Mitsubishi und Sie können es normal oder eben schnell laden und damit gibt es eben diese Reichweite von bis zu 800 Kilometern. Die normale Ladung dauert vier Stunden, die Schnellladung erreicht nach einer halben Stunde 80 Prozent Kapazität. Laut Hersteller sind entsprechend der niedrigen Verbrauchswerte CO2-Emissionen ab 44 Gramm pro Kilometer zu erwarten.